Burger 7-Eleven Boah, ich war so oft in einem 7-Eleven in Tokio So oft Burger 7-Eleven Nichts, was Spaß macht, lassen die mich tun Verarsche Dann gehe ich eben nach Hause und lese mein Buch Wenn ich nichts anderes machen darf, gehe ich eben nach Hause und lese mein Buch Sehr unglaublich Moment Hi Hachiko Bye Hachiko Love you Oh hell yeah Was ist der Fächer? Schenke also, ja Oh man Oh mei Die kosten 800 Euro Okay, also hier unten kann ich Geschenke dann also kaufen für meine Leute Boah, das wird noch anstrengend Gehen wir nach Hause Gehen wir nach Hause Jetzt kann ich mich hier auch endlich mal umgucken Yay Fernseher Oh mein Gott, ich kann einen Fernseher kaufen Wir brauchen mehr Money Okay, ich hab mir Geld hier Okay, ich hab mir Geld her Oh, ich habe nicht genug Geld, um zu wetten. Wie kann es sein, dass ich wetten darf? Ich bin so jung. Hier ist die Ärztin. Supermarkt. Ich habe hier noch feines Haar. Oh mein Gott, kann ich zu seinem Haus? Wahrscheinlich. Ich prüge jetzt mit Faridern aus den Leuten raus. Ich bin kein Yakuza. Ich bin kein Yakuza. Yakuza Zero! Ähm... Was ist das für ein Zeichen hier? Ah, was ist das hier? Ah, das ist das. Secondhand Shop. Okay, gotcha. Wir sind in Tokio. Hier müsste doch eigentlich irgendwo ein Schrein sein. Ich würde gerne einen Schrein besuchen, um ehrlich zu sein. Warum ist da nirgends so ein Schrein? Gibt es keinen Schrein? Gibt es keinen Schrein? Gibt es keinen Schrein? Gibt es keinen Schrein? Hm. Na ja, gut. Gehen wir nach Hause und lesen unser Buch. Das gibt's übrigens wirklich, ne? Das ist nicht nur ein Gerücht. Das gibt's wirklich. Das ist nicht. ... Das ist nicht nur ein Schrein. Oh! 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 Oh, wie wunderschön. Wir haben unser Zuhause aufgeräumt, das ist ja auch gut. Wir waren schon mal da, wir waren eben da. Oh mei, was bist du für ein Lehrer? Biologie, okay. 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 C. Bloodstorm, das ist weg. Yay. Ich bin Schlager geworden. Tchaka. Ja, das war mein Ernst. Das müssen wir aber noch üben. Machen wir. Ich bin hundert müde. Ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Ich werde erst ein bisschen chillen, er hat mich zu nerven. Ich habe noch ein paar Tage. Was ist los mit dir? Okay. Ich wollte so unbedingt da rein. Ich glaube, das war es erstmal für jetzt, Leute. Ich bin wirklich, wirklich müde. Ich bin seit halb sechs heute Morgen wach. Ich muss Heiwubo machen gehen. Ich binроде Lane, die wir nicht mit oppressor Imaginungen haben, obacellenkor. Okay, das ist das und indem ich mich machener. Ich bin heute hier.